Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Microniser TV mit dem Busbetriebssimulator, dem DLC für OMC 2. Ich bin's der Bio und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind natürlich immer noch unterwegs in Gladbeck, richtig viel Zeit, also da kann man echt nicht meckern. Wir versuchen natürlich auch dementsprechend ein bisschen fehlerfrei zu fahren. Was bei OMC ja leider nicht immer so einfach ist, wie wir im Livestream gesehen haben, es gibt ja gerne mal was schief, dafür kannst nicht du mal was, das ist das Problem. Da passiert dann immer irgendeine, ein Taxi fällt einfach rein, egal ob du schon auf der Spur stehst, ist es wurscht. Wie im echten Leben halt. So, ja, hör auf zu Zutaten, komm rinnen her. So kalt ist es ja nun ohne draußen, 20 Grad. Verkaufen leider wieder kein Ticket hier. Ja. Wir müssen nicht auf die Autobahn, aber schon cool, wie geil ist es denn, dass es hier eine Autobahn gibt. So. ja doch gesagt wir hatten so zwar nicht oft gesehen hier bei uns auf dem kanal aber die 23 fahrten die wir hatten die waren super so haben wir leider warten müssen zu schnell wieder ja so ist es so nicht anders darum ist ja jetzt noch ein bisschen heizung mal hier anmachen so kamera hat gesehen ist der wahnsinn so Oh, 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 oh. Das ist mal ein bisschen zu früh hier. Aber die Halterstelle ist jetzt aber auch gemein da. Könnte es noch ansehen, wir haben nur die Kreuze geräumt. Ja, das ist... Ach, Mist. Ja, jetzt sind wir natürlich hier ein bisschen gefangen hier. Ich hoffe, dass mal währenddessen diese Dienste nicht mehr zu sehen sind. Diese ganzen Einblendungen, die wir ja hier haben. Ist ja der Wahnsinn, sind wir echt mal zügig unterwegs hier. Tiergartenstraße, okay. Ganz gemütlich haben wir hier eine schöne Abendtour. Ja, das ist ja Wahnsinn hier in Gladbanks. Es läuft richtig geschmeidig. Ach ja. Die ganze Zeit bin ich auch schon am überlegen, wie ich hier wieder ein Lenkrad rankriege. Es ist so voll hier, dass ich nicht mal das Lenkrad hier ansatzweise irgendwie hier hinräumen könnte. Es ist aber knapp hier und hier. Ohne. Das war's für heute. Nächste halte Stunde, Josef Strasse. Jetzt kommt die Herausforderung, wach? Die Josef Strasse. Jetzt wird es eng. Ja, das stimmt. Die Josef Strasse. 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 Einmal nochmal, bitte. So, haben wir 2,70. Dankeschön. Das nervt so. Ich werde niemals rausbekommen, ohne gleich wieder einen Unfall zu riskieren. Nächste Wartestelle, Essen-Tal-Straße. Straßenbahnschen, ja? Stimmt. Wie gesagt, mir konnte man auch eine Straßenbahn fahren. Da hätte ich nicht alles täuscht. Da hätte ich eine Straße gekürt. Das findet sich hier nicht so kurz. Guten Tag. Nächste Autostelle Hallo So Steigen die Nächsten aus Oh, das wird ja viel zu früh Jetzt gerade erst Wir mussten eigentlich vorbeikommen Eigentlich So Allerdings Können wir jetzt warten Sechs Minuten offiziell Aber wir spulen das einfach nochmal vor So Nächste Autostelle So 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 Hätten Gladbich schon viel früher nehmen sollen. Aber naja gut, hinterher ist man irgendwie immer schlauer, oder? Ja, denn das Sprichwort Tölig sollte das gehen. 80 Alter, mit dem Bus hier 80 lang schlippern ist ja der Wahnsinn. Das macht Laune. Das war super. Schon mal 80 mal so. So, 2, 4, 6, 7. Kleiner hatten sie es wohl nicht, was? Nö. Jamal, du Jamal. So, leider rührt für uns, wir müssen warten. Aber jetzt ist es grün. Wie du sch falei, du stehst? Langweine Straße. Ach, die Lange Straße. Hallo, brems noch mal. Weil manchmal brems der übelst heftig, aber dann wiederum auch extrem lange nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier nochmal einen Cut. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier mit Omzi. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch. Ich sage Tschau, Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.